ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier bei mir auf dem kanal ja das ist ein kurzes info video ich mache eine mission hier gerade und ich mache fahren nicht selbst sondern kurzplay macht das für mich ihr seht dass es nicht so das ist noch nicht man kann sagen nicht ausgereift ist wie ihr hier ein bisschen seht aber spielt jetzt keine rolle also die nächsten zwei wochen wird jetzt auf diesem kanal kein video kommen da ich morgen in die skilager fahre und nächste woche mit meiner familie in die ski ferien und ja freue mich richtig auf das ski fahren ich fahre sehr gerne ski der schnee war jetzt bei uns geschmolzen weg dem regen aber er ist wieder zurück es hat heute den ganzen tag wieder geschneit ja also wenn jetzt über den kanal jetzt nicht da keine videos kommen ich habe den kanal nicht aufgegeben aber ich bin eben im urlaub und im ski lager ja ich danke euch für eure aufmerksamkeit und bis zum nächsten video